Um Einstellungen vorzunehmen, wähle ich das Menü Set. Durch Drücken der Pfeiltasten können die möglichen Einstellungen vorgenommen werden. Drücken der Set-Taste bestätigt die Einstellung und wechselt zum nächsten Punkt. Einstellbar sind Temperatureinheit, Druckeinheit, Druckart, der herrschende Umgebungsdruck, der Messmodus, die Auto-Off-Funktion und der Oberflächenkompensationsfaktor. Sobald der letzte Einstellungspunkt bestätigt wurde, wechselt das Gerät in die Standardmesswertansicht. Der Modus Einstellungen kann auch mithilfe der Escape-Taste verlassen werden.